ja passt sogar drüber ein stück wobei ich bin nicht ganz richtig gell ich so gucke ja muss ich auch eins hier rüber kann ich noch mehr nein ha das passt perfekt hier rein sehr schön aber erst mal brauche ich keinen erst mal reicht es mir bestial mir das stück weg macht und das stück da weg macht dass wir eine gerade linie haben die wir uns nach hinten schaffen können also erst hier dann hier und dann auf der anderen seite und jetzt kann ich hier nichts verschieben weil es wiederum spackt immer ist irgendwas anderes wenn ich bestie oder gerade so zu sehr kommt mir so vor wie so ein uraltes nes oder atari spiel wo man sich so runter graben musste um zum schatz zu kommen oder so ähnlich das ist immer noch zu viel gell ja ist jetzt zu viel so das sollte ausreichend sein jetzt kann ich es um eins verschieben sehr schön wie sieht es hier aus mit langsam weniger also ja ich versuche noch die line hier erst mal runter zu machen mal aus auch Okay. Gut. Fast fertig, oder? Ja, noch zwei Ebenen, dann haben wir das auch. Äh, die hätte ich gerne da hingeschickt. Das da weg. So. Gut. Gut. Darf ich jetzt das Ganze etwas schieben? Ja, darf ich. So. Gut, das haben wir hier. Oh, so wie es aussieht, war das gar nicht nötig, das hier abzubauen. Egal. Weil man sieht, dieses Fitzelchen hier hätte hier abgeschlossen. Ne. Hm. Wenn man einen gleichen Knick in der Optik hat. Aber ist ja halb so wild. So, ich bring das mal ins Trockene. Jetzt los, hier sind wir. Ja stimmt, hier ist ja so weit weg gebrochen, dass wir nur noch auf eins unten waren. Äh, auf zwei unten waren. Äh. Naja, die letzten beiden Schichten jetzt. Naja, die letzten beiden Schichten jetzt. Da legt es gerade wieder ein bisschen. So, passt. Jetzt machen sie es sich wieder einfach und graben von dort aus. Na, du gräbst nicht weiter. Oh Mann, es wird schon wieder dunkel. Also, ehe man sich's versehen, ist die Sonne auch schon wieder weg. Irgendwo dahinten. Hä? Dahinten ist immer noch der Co-op-Moon. Finde ich auch interessant. Bewegt er sich nicht mehr? Doch, aber sehr, sehr langsam habe ich das Gefühl. Du, den da wegmachen. Oh Mann, das ist ja, sehr, 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 sehr. Wir sind übrigens bald bei 50 Stunden. Nur um das Ganze hier zu flatten. Aber ja, irgendwie lustig, was wir hier so treiben, oder? Hoffe ich jedenfalls mal, dass es ein bisschen noch Interesse an diesem Projekt gibt. Und keine Sorge, das hier ist kein April-Scherz, dass wir jetzt einfach nur die Gegend flatten und dann brennt nicht das Projekt. Ich habe schon vor, nach der ganzen Mühe hier noch was draufzusetzen. Also diejenigen von euch, die nicht mehr warten können, nicht mehr zuschauen wollen, die können ja eine Weile warten, bis die Folgen kommen, die mit dem interessanten Zeug. Okay. Okay. Und jetzt. Okay. Und dann kommt man wieder hierher und das ist alles wieder voll mit. Zeug. Tz, tz, tz. Aber ja, wir haben schon... Ja, wir sind bald unten. Hat sich der Co-Wab-Bohnen... Ja, der hat sich jetzt mittlerweile auch verkrümelt. Die Nacht ist auch noch ziemlich hell, muss man sagen. Also ich empfinde sie gerade noch sehr hell. Ja, hier muss noch ein Block weggehauen werden, dann bricht da die Treppe noch ein Stück zusammen. Lassen wir alles schön in sich zusammenfallen. Okay. 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 Also du bist ja eh voll. Du bist ein bisschen doof im Kopf. So, jetzt aber. Kann ich noch eine? Naja, ich kann noch eine. Ist mir das echt noch nie aufgefallen? Mir müsste das aufgefallen sein, dass der Zeiger die Farbe ändert eigentlich. Ich habe das aber auch nirgends eingestellt, soweit ich weiß. Okay. 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie sieht es mit unseren Vorräten aus? Da wird wieder vorne mehr weggemübbelt. Gut. Was machst du? Warum läufst du wieder? Ich bin total verwirrt. Ja, das ist sehr schön, Kumpel. Ah, hier hat wieder irgendeiner seinen Stein vergessen. Okay, da hat einer seinen Stein vergessen. Bestiol, sammeln wir den ein. Und da geht es hier weiter. Hier ist wieder alles ziemlich löcherig. Da sind wir ja gewohnt. Kommt, könnte nicht ein bisschen was richtig machen. Ich meine, es ist ja nicht mehr viel da. Was ist hier jetzt zu Ende wieder falsch? Du wärst immer so, als ob alles normal laufen würde. Na ja. Gut, wir haben es leider nicht geschafft, hier diese Aufnahme-Session, das Stück hier abzubauen. Fertig. Wir haben halt andere Sachen fertig gemacht. Aber gut. Mal wieder Zeit zu speichern. Also, das hier zu überschreiben. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich. Mal wieder Zeit. Mal wieder Zeit. Mal wieder Zeit. Vielen Dank.